Meierwies, Dachs-Lueck-Straße, Endstation, Terminal Station, Meierwies, Schusterweg, Meierwies, Ortsmitte, Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr, Change here for regional bus services. Tarifzonen-Grenze, Fair Zone Limit, Meierwiesweg, Langwied, Zeissigstraße, Bachstraße, Turnerstraße, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 10 und 23, Change here for the lines 10 and 23, Minnesheimstraße, Gniegel-S-Bahn, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 10 und S3, Change here for the Line 10 and Suburban Train Line S3, Sterneckstraße, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 2, 12 und 151, Change here for the lines 2, 12 and 151, Karnavalstraße, Grillparzerstraße, Hofwirt, Kundencenter Salzburg Verkehr, Wolf-Dietrich-Straße, Mirabellplatz, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 1, 2, 3, 5, 6, 25, 151 and A, Change here for the lines 1, 2, 3, 5, 6, 25, 151 and A, Markartplatz, Zentrum Altstadt, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 3, 5, 6, 25 und 840, City Center, Change here for the lines 3, 5, 6, 25, 25 and 840, Ferdinand-Hannuschplatz, Zentrum Altstadt, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 7, 8, 9, 10, 23, 24, 27, 28 und A, City Center, Change here for the lines 7, 8, 9, 10, 23, 24, 27, 28 and A, Bärenwirt, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 9, 21, 27 und 28, Change here for the lines 9, 21, 27 and 28, Landeskrankenhaus, Universitätsklinikum, Strubergasse, Strubergasse, S-Bahn, Umsteigemöglichkeit zu den Linien S2, S3, S3 sowie zum Regionalverkehr, Change here for suburban train lines, S2, S3 and regional train services, Stadtwerk, Stadtwerk, Struberg, 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 Struberg Christian-Doppler-Klinik Siebenbürgerstrasse Schmiedingerstrasse Fischergasse Lieferinger-Spitz Umsteigemöglichkeit zur Linie 24 Change here for the line 24 Salachstraße Eugen-Müller-Straße Forellenweg-Siedlung Endstation Terminal Station